Die Easy4U ist eine IT-Unternehmensberatung, die Kunden rund um die Customer Journey unterstützt und berät. Von Projekt zu Projekt hat man oftmals auch mit anderen Themen zu tun, mit anderen Kunden zu tun, mit anderen Branchen auch zu tun. Als Consultant plant man Projekte, setzt sie um, testet diese, dokumentiert diese. Natürlich lernt man sehr viel in den Projekten, das ist wirklich Training on the job. Es ist nicht zwangsläufig wichtig, ob ich jetzt eher entfacklich bin oder technisch. Ich bin eher technisch lastig, also ich entwickle dann auch die Anforderungen vom Kunden. Ich muss mal ehrlich sagen, ist die Easy4U Berufseinstieg leicht gemacht. Man hat echt das Gefühl, direkt dazuzugehören. Ich meine, wir haben bei der Easy4U auch die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, also flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit vor allem auch. Kundentermine vor Ort, dann hier natürlich die Bürotätigkeit und das eben recht abwechselnd auch immer. Klingt das spannend für Sie? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Werden Sie Berater bei der Easy4U und setzen Sie spannende Projekte bei unseren Kunden um.